Er gilt als Chefplaner der Anschläge vom 11. September und ist seit Jahren im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba inhaftiert. Jetzt hat Khalid Sheikh Mohammed nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums einer Strafvereinbarung zugestimmt, die ihn möglicherweise vor der Todesstrafe bewahrt. Laut einem Bericht der New York Times haben Sheikh Mohammed und zwei mutmaßliche Al-Qaida-Komplizen zugestimmt, sich der Verschwörung schuldig zu bekennen und dafür eine lebenslange Haftstrafe zu erhalten, anstelle eines Prozesses, bei dem ihnen die Todesstrafe droht. Den drei Männern werden Terrorismus und die Ermordung von fast 3000 Menschen bei den Anschlägen am 11. September 2001 in den USA vorgeworfen. Ein Großteil der juristischen Auseinandersetzungen dreht sich um die Frage, ob sie fair verurteilt werden könnten, nachdem sie in CIA-Haft gefoltert worden waren. Dieses heikle Thema kann durch die Vereinbarungen umgangen werden. Sheikh Mohammed wurde 2003 in Pakistan gefasst. Er wurde drei Jahre lang in geheimen CIA-Gefängnissen festgehalten, ehe er 2006 nach Guantanamo gebracht wurde. Er plante die Anschläge vom 11. September nach eigenen Angaben von A bis Z.